Die Blutung des Nachtwächs im Bürgermeier hat sich mit täglich leistetem Senior von seinem Mittagsteller Ursprungshaus. Habt also in der Schweiz wieder noch zehn Marken, die Schwestern finken 30, damit reist er zu gut nach München, um seinen Uhren nachzugehen. Und Konstanz wurde gehaftet, hörte er im Radio Papierkon den Saal zu früh verlassen, 11 Minuten. Siebenlangs ist tot von der Erinnerung, 60 vor Hunderten. Auf sechs Jahrzehnte nahe er nun kein Wechsel kommt, der Name besser. Nur München hängt nicht wie sein Einwand auf, nahm besser Spaß. Sie ist kurz mit zwei, drei Reiche, doch nicht die, die sich für sie beantwortet. Ich schließe jetzt noch ein, ich denke, dass er der Gefallene, also der Kriege und Organisationen. Gefallen war. Sein Bild für dich von Karol hat er treffend, hätte seine Eltern von jedem Ort nicht mehr. Sogar schon Jahre her, dass er eine Führung, die er nicht verraten hat. Ein Foto gibt es zwar von sich, seit seinem Unterstaat, den es in meinem Namen kam. Sein Bild, er fiel für eine Geschichte, erst in Jerusalem. in Jerusalem. Das ist auch ihm, der Lebensfall. Als er erst 19, die Blöden zwang, gekappt hat, würde er nicht einmal alle Befeuze hinbekommen. Hallo und herzlich willkommen erst mal hier bei Poetry on the Road, dem neunten Literaturfestival hier aus den Niederlanden gekommen ist. Giard Grunia zusammen wird ja mit dem Bremer Uli Sobotta heute seine Lyrik inszenieren. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Seite 5 Und hier ist, wie sie es sagen, der Schiff, der Fan. Marriage. Wer weiß, wie weit wir mit den Bauern sind, wenn Rüster durch die Mauern unseres Luftschlöschers ziehen und wer weiß, ob wir die Teile jenes Preskos das unsere Liebe darstellen sollte, wiedererkennen wollen. Ich sehe und schon auf dem Bett drei verkrübelte Träume auf dem Schoß daran herumknobeln, wie es war, wie es sein würde und über nie mehr keinen Streit bekommen wird dieses Bauprojekt rechtzeitig fertig, bevor die Scham auf die Decke kriegen kann, wie ein Kind zu seinen Eltern an einem Sonntagmorgen wenn wollen wir heute besuchen. Auf welcher Seite ist Platz übrig? Niemand reicht an unserer Fantasie heran. So nicht ein Belli Gelb zum Grün hier unser Schiffkens auf dem Bild im Meer gibt nur Bescheid. Zusammen sind wir die größten von das. Plane, losse my sad refrain, my bellyache, the blues of a fucking tapir in a horse plush costume. Flush it, it's a head! Whisk it literature down in your pocket, up through the drain and the fuzz says, fuzz, 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 all night long and I cannot dream anything any longer. Die Halbinsel, Krim leer, Riffe, Öltanks, Flugzeugbracks, alles leer. Die Otter, die Wale, die Katamarane, leer, 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 oder zumindest halb leer. Sogar die Galeren sind leer. Und die Galerien sind leer. Die Maschen sind leer. Schlaft, 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 schlaft endlich bei, weil Kriterien ist schlaft. Schlaft, schlaft endlich bei, schlaft endlich bei. Tierfilme. Nur dieser elendige Wind. Endlos dieser ewige, elendige Wind. Die Maschen.